Acht, Acht, Acht Da haben wir nochmal zwei Dann haben wir... Sechzehn Na, ist der Tag. Gott sei Dank, ey Dann reißen wir die einfach oben wieder ab Dann haben wir die Scheiße, bin ich da auch nicht mehr Das ist superschön Danach kannst du mir deine Rundflugung zeigen Ja, ne, ich baue noch ein Stück, ich bin noch nicht fertig Ah Günther, hilf mir doch Brennt ab, ihr blöden Hurenviecher Nein, die gibt's ja wirklich, Christian kannst ja bezeugen Ja, die gibt's Endlich, fuck it Hehehe, verdient Oh Gott, da leben ja noch zwei Derb Fliegt weg Haut ab So, wo ist meine Kuh jetzt hin Da ist meine zweite Kuh Ist das eigentlich mal durch die Tür geladen? Ja, endlich Das ist das Das ist das Das ist das Gott, komm mit Schaf. Ich krieg's hier deine Gerie. Ja, zack. So, euer neuer Zuhause. Mann, das kann ich eigentlich mal mit Eiche machen. Das riecht nicht alles gleich aus. So, das wären mal zwei gewesen. Auf geht's zur feiner Suche. Ich sollte mir irgendwie nehmen. Beispiel n Fisch. Okay, n Fisch. Ne, n Fisch. Ähm. Ops. So. Schwein kriegt auf jeden Fall im Begleiter. So. So, ich hab noch zwei von mir. Komm her. Warte. So. Ich hab noch. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 da du bist meins frage ich habe ich dich hier rum kommt ich habe dich hier rum ich habe dich hier rum ich habe dich hier rum ich komme ich habe dich hier rum ich habe dich hier rum so mein haus wird zu langsam bin aber immer noch nicht ganz fertig ich habe einen blick gefunden Raum scharf. Raum scharf. Ganzer Frotz hier weg. Beep, 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 Beep. Aber wenn die Folge vorbei ist, hole ich mir kurz was zu essen und dann können wir weitermachen. Jo. Ich hab mir nicht unfassbar hoch. Ich hab hier in Energy stehen, aber den hab ich immer noch nicht aufgemacht. Was ist da los, Mann? Ich glaub ich werd krank. Keine Ahnung, ich glaub du warst immer noch mal in Energy holen. Die da hinten am Haus, gestern sind ja zwei, ne drei Pferde, alter. Boah. Hier. Wo ich weiter draus komme. Ja, das seh ich leider nicht. Oh Leute, das sind Pferde. Aber hier ist ein schwarz-weißes Reifte und hier ist zwei schwarze Zebra. Ich hab gehört, dass man ein Zebra Steak, äh, kaufen kann. Bei Aldi oder so. Ich hab schon Zebra gegessen. Echt? Aber ein Vorteil hat das auf jeden Fall. Der, derjenige der das, also der abkassiert, der muss nicht mehr die Streifen suchen. Kannst du den selber bitte verlassen und nicht mehr auf den selber entscheiden. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Die Schweine kannst du gleich hier lassen. Du Schwein. Schwein. So. Ei. Fein. Kann jemand für mich mit Tieren halten, weil ich möchte keine Tierfarm machen. Dann komm einfach mal zu mir am besten, weil du hast den kürzesten Weg zu mir. Wenn du keiner überlatschen musst. Was? Ich geb dir dann hier auch meine Kühe mit. Ich weiß nicht, ob ich ein Tierfarm noch mache, dauert es eh noch. Weil, ich hab, dazu hab ich keinen Platz und auch keine Lust. Ich mach lieber Obst und Gemüse. Wenn der Obst, äh, ich meinte nur Gemüse und es gibt ja gar kein Obst. Obst ist im Haus. Obst gibt's schon, Apfel. Ja. Ja. Ja und weiter. Das war's. Ist aber Obst, ja? Ja. Obst ist im Haus. Okay, falls da wieder Eier brauchst, ne? Ich hab auch Eier. Ich hab noch ein paar. Okay. Falls da kein Hund rauskommt. Außer Chris glaubt mir wieder meine, weil er keine Ahnung hat. Ich hab noch 32 Eier. Paart! Los, paart! So. Das waren wir dabei. So, da bleibt noch eins. Schön. Ich hab noch mal ein paar Mal. So. 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 Tricky werden. Brauchen wir einen Apfel. Habe ich nicht. Wenn mal zum Vorteil, wenn Äpfel nicht einfach so fallen, also auf dem Dings fallen, sondern dass man vielleicht mal einfach einen Apfelbaum macht. Wenn wir es noch einen Empfelchen finden, dann, wenn wir mal auf den Пос�놈ern kommen. Wasse sie einfach noch mal so gesehen hat. Dann kommt der Öft hjälp, dann kommt der Öft. Das ist alles ganz perfekt. Jetzt kommt der Öft, auch in der Öft. Ihr solltet werden und ihr solltet werden, deshalb wird der Öft. Dann kommt der Öfte. Untertitelung. BR 2018 Was ist denn das für eine Aufgabe? Dann führ einen Gas aus dem Leder, bringe ihn sicher in die Oberwelt und erledige ihn dann. Hä? Warum? Warum nicht? Weil du sollst den Gas da hinkriegen. Ja, indem du es in der Hypertage steckst. Oder du mit einer Leine dann durchziehst oder so. Ja, kann sein. Ich muss erst mal hinkriegen, weil dazu steht ja auch ein schneller Portal. Da brauchst du es oder nicht. Ja. Spinne, ich hab dich die ganze Zeit in meinem Pool baden lassen. Jetzt greifst du mich an oder was? Blöde Spinne. Hat er doch irgendwo C-Osen. Oh, das ist hier. Das ist jetzt hier. Das ist jetzt hier. Ach, Mann. Aua! Über mir ist ja kein Vieh. Ich dachte schon. Das war über mir. Warte, dann fliegt's. Erstmal hochrein. Ich hab noch zwei Herzen. Die Viecher sind schon lästig. Oh, Mann. Ich hab jetzt den Scheißen. So. So. Irgendwo hier dann. Du blödes Fotzenvieh, Alter. Die nerven halt wirklich, ne? Mal mal üben. Ich komm mich hier wieder runter. Ich muss in meinen Pool springen. Arschbombe! Oh, ich wär fast auf ne Seriose gelandet. Da ist ne Scheibe, du Trottel. So, der Bereich hier so ist fertig. Ja, dann muss ich noch da dran. Dafür bräuchte ich mal noch ein paar Zeugchen. Die würde ich da oben gerne hell machen. Und deswegen... Nein, nein, nein. Nicht alles so schlecht. Äh, äh, überstehen. Ja. Jetzt. Jetzt. Junge, Alter. Du sollst dich verpissen, hab ich gesagt. Komm her, du Penner, Alter. Nein. Doch. nosso Haus. Ich weiß nicht. Okay. Das ist es super. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist einfach. Aber ich weiß nicht. Doch, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So. Was hast du dann fertig? So, das Mist verstirbt ja gleich. So, jetzt ist es halt die anderen rüber zu bauen. Du hast die zwei Kühlschenkel gebaut, Christian. Ich bin halt eben ein bisschen breiter. Rauschen, ich bin doch nicht fertig! Rauschen! Okay, okay, okay. Hier findest du den ersten Bereich hier unten so. Oh je, das ist viel Closedown an der Wand. Und hier oben. Das wird dein Keller, ja? Ja, da geht es auch noch zum Keller. So, pass auf, dann können wir mal hochgehen. Und das ist ja ein Riesenraum, Alter, da drin. Ja. Und die Treppe ist gemeing gefährlich. Ja, das wird noch gemacht. So, und das ist jetzt dann, hier geht es dann zum Balkon raus. Oh, schick. Vor allem, ich finde es so geil, die Aussicht nach da hinten. Einfach die freie Aussicht. Weil die Sonne hier auch runter geht, Alter. Klasse. Und dann brauche ich hier noch übers Dach. Oh, da führt dann hier drüben noch zu einer kleinen Aussichtsplattform. Da kann ich dich dann auch sehen, wenn die Bäume weg sind. Ja, stimmt. Tschau. Jetzt haben wir jetzt gleich wieder ein bisschen Holz. Ja, guck mal was sich bei ihnen getan hat. Was wurde denn wohl nicht? Klasse. erst du das gefangen mit einem eimer das ist ja ein seerosen steig gemacht ja ich will noch zu ende ok weil das für den seriösen sieht schon kacke aus wenn es so eine ganz gerade linie ist deine dein dachkisch aus treffe ist weg hier willst du fisch im eimer und damit zwischen du hast ja im weiteren raum gemacht das ist aber voll geil hast ja schick gemacht die decke hier mit den holz ja ich weiß aber nicht ob das klaus dann hier wird da über die festung aber ich bin ja ein neues hatte herkommens konzern wird das sand mitbringen kann ich hier nicht mal einen halben steck oder so nicht mal und so echt nicht viel was hast du denn hier unten hat noch nicht alles wir hatten bis jetzt das holz gefehlt das hat erzeugt unnötige stein lapis diamanten licht reisen es bar redstone cobbledsteine und nicht die kompischen anworte ne ich möchte auch einfach die bibliothek hin oder ich mache da vielleicht die bibliothek dann interessant und ich werde hier wahrscheinlich an Kevin, weil du hier den größten Scheiß siehst. Wo ist die Scheiße, oder? Ich werde dir angestellt. Das Zeug, ja. Ich warte immer noch auf eine neue Angel mit Glück des Meeres. Ich weiß gar nicht, ob Glück des Meeres das höchste 3 oder... Oh Leute, stopp, 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 stopp!